Neben dem Artikel von Christoph Schäfer möchte ich Ihnen ein paar neue Features und verbesserte Features aus GIMP-Version 2.10.4 etwas näher bringen. Der Code wurde von Grund auf neu konzipiert und es hat mit dem Farbmanagement einige Verbesserungen gegeben und auch eine neue Grafikengine liegt hier zugrunde. Lassen Sie sich die aus meiner Sicht wichtigen Dinge für die Arbeit mit GIMP etwas näher bringen in diesem Video. Als erstes möchte ich mit den Einstellungen beginnen. Hier etwas unschön erscheint ein Fenster und das heisst man soll hier diesen X-Code laden und installieren. Das wird oder ist bereits von den Entwicklern behoben worden. Also diese Meldung, die können Sie einfach ignorieren und auf den Knopf später klicken. Das erscheint in der GIMP-Version 2.10.5 nicht mehr. Diese kleine Unschönheit, die ist bei dem nächsten kleinen Update behoben. Ich möchte mal beginnen mit der Oberfläche. Wenn wir hier auf die Oberfläche gehen, als erstes die Sprache wichtig, um einzustellen. Dann haben wir Themen. Die Themen können Sie so abändern. Einfach auf die jeweilige Zeile, Grey, Light und so weiter klicken. Ich persönlich bevorzuge jetzt hier, ich habe mich daran gewöhnt, auf Dark. Und dann haben wir Symbolthemen. Eigentlich ist jetzt alles schwarz-weiss, auch die Symbole. Wenn Sie hier drauf gehen, haben Sie die Möglichkeit, die Symbole so anzupassen oder mit Color, wie es, soviel ich weiss, in den ganz früheren Versionen ausgeschaut hat. Auch da lasse ich mal die Symbolik modern, schön alles einheitlich grau. Wir gehen zum Farbverwalten, also Farbverwaltung, Farbmanagement. Das habe ich mal aktiviert. Ich habe das Monitorprofil hinterlegt. Ich habe einen Proof-Farbraum hinterlegt. Und hier unten sind meine bevorzugten Profile. Ich habe sRGB und Graustufenprofil. Da sehen Sie, habe ich keines. Ich habe mir jetzt so ein Graustufenprofil auf den Desktop kopiert, weil Sie sehen, ich habe nicht die Möglichkeit, hier eines auszuwählen. Ich habe mir ein Graustufenprofil, wie gesagt, auf den Desktop gelegt und werde nun den Schwarzkanal von ISOCoder V2 als mein bevorzugtes Graustufenprofil hier hinterlegen. Ich habe als Regel eingebettete Profile der Bilder beibehalten. So sehe ich immer, wenn jemand mir ein Bild zusendet, wie es in seinem verwendeten Arbeitsfarbraum ausgeschaut hat. Das einmal zu den Grundeinstellungen von GIMP. Bevor ich arbeite, auch noch, ich habe die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten, wie es früher war. In dieser Art und Weise, wo ich dann den Hintergrund sehe, ich bevorzuge Fenster-Einzelfenstermodus, um dann GIMP auf meinen ganzen Monitor-Arbeitsplatz auszubreiten und anzupassen. Das sind einmal die wesentlichen Grundeinstellungen. Eine für mich wirklich nützliche und sehr gute Neuigkeit befindet sich hier. Wenn ich auf Farben gehe und auf Werte, dann habe ich neu Ansicht teilen hier unten. Ich werde das einmal einstellen und ich mache jetzt mal einfach eine automatische Korrektur. Und das kann ich jederzeit aus der Mitte heraus verschieben. Das hilft mir bei der Entscheidung und bei der Bearbeitung natürlich vehement. Aus diesem Fenster heraus kann ich jetzt auf Kurven gehen und ebenfalls, wenn ich sage, mit diesem ersten Schritt hat mir das Bild gefallen, in einem zweiten Schritt nochmals an sich teilen. Ich sehe wieder, wie das Bild zu Beginn ausgeschaut hat und ich könnte jetzt das Ganze noch etwas verstärken, sodass die Farbigkeit in der Bank etwas zurückkommt, aber hier im Hintergrund die Helligkeit viel, viel besser zur Geltung kommt. Und dieser Blaustich auch entfernt ist. Also man sieht eindeutig, ich kann die Linie verschieben und jederzeit mein Bild beurteilen nach vorher und nachher. In den früheren Versionen, wer mich kennt, ich habe immer die Bilder dupliziert, nebeneinander gestellt. Das kann ich mir jetzt mit diesem kleinen Häkchen ersparen. Eine weitere sehr spannende Neuigkeit in GIMP ist, früher hatte man hier nur Kurven nach Wahrnehmung anpassen, also eine rezeptive Korrekturmöglichkeit. Dies hat sRGB vorausgesetzt und heute hat man nun noch die Möglichkeit, linear etwas zu korrigieren. Sie sehen hier anhand der Toolbar, also der Quick Tools, man hat bei der Übersetzung noch etwas vergessen. Linear, achten Sie mal, was jetzt passiert mit der Ansicht teilen. Ich klicke hier drauf und mit linear, abhängig vom RGB, da habe ich eine detailliertere Möglichkeit, Korrekturen anzubringen in meinem Bild. Also da in den Details ist mit linear und dem jeweiligen RGB eine feinere Korrektur möglich. Umstellung von Wahrnehmung, Sie sehen auch die Verteilung des Histogramms, ist ganz anders und linear. Probieren Sie es mal aus und achten Sie auf die Details, welche Methode in welchem Bild die geeignetste ist. In Bezug auf RAW-Dateien öffnen in GIMP, da möchte ich erwähnen, ich habe mir die neue Version von RAW Therapy 5.4.0 heruntergeladen. Und wenn ich also nun ein RAW öffnen möchte, gehe ich hier hinein. Ich gehe auf RAW und öffne einmal dieses Bild hier. Ich sage öffnen und ich gehe mal in die Doc-Liste. Sie sehen jetzt, das Programm wird geöffnet. Und wenn es aufhört, jetzt zu springen, dann klicke ich drauf. Es kommt dieses Fenster und das heisst hier, wenn ich das Fenster nach der Bearbeitung schliesse in RAW Therapy, dann öffnet sich dieses Bild in GIMP. Ich sage also hier OK und ohne zu bearbeiten, werde ich mal das Bild schliessen hier. Gehe zurück nach GIMP. Es dauert ein kleines Momentchen. Die RAW-Bilder, man weiß es, sind natürlich einiges an Dateigewicht intensiver. Und das Bild wird hier geöffnet. Also, Sie müssen einen RAW-Converter, wie zum Beispiel RAW Therapy installiert haben, auf Mac und die neuere Version 5.4.0. Und dann können Sie so eigentlich indirekt auch RAW in GIMP öffnen. Auch beim Vordergrund-Auswahl-Werkzeug hat sich einiges verbessert, aus meiner Sicht. Und zwar, ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Besen nehmen. Ich gehe da mal ganz grob um diesen Besen hier herum. Nicht in die Borsten hineinfahren. Und wenn ich am Anfang wieder bin, einmal klicken, dass sich diese Auswahl schliesst. Dann drücke ich einmal die Enter-Taste. Und danach werde ich mit einem Pinsel, schauen Sie die Größe einmal an, so dass Sie hier selbst bestimmen, wie gross dieser Pinsel sein soll. Ich wähle hier mal etwa diese Größe, um den Pinsel führen zu können, um diesen Besen herum. Und ich schliesse hier einfach das Objekt, welches ich freigestellt haben möchte. Das schaut dann auch so aus. Ich drücke nochmals auf die Enter-Taste. Und jetzt rechnet das Vordergrund-Auswahl-Werkzeug erneut die Auswahl etwas verbessert. Man sieht hier noch kleine Unreinheiten. Ich belasse das mal, aber wenn man die Borsten anschaut, dann kann man schon erkennen, es macht einen extrem guten Job, dieses Werkzeug. Achten Sie, bevor Sie die Auswahl erstellen, unbedingt darauf, dass Sie beim Vordergrund-Auswahl-Werkzeug im Modus auf Aktuelle Auswahl ersetzen. Das ist diese Einstellung hier, dass Sie diese unbedingt zuerst getätigt haben. Als nächsten Schritt gehe ich hier auf Auswählen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich könnte hier mit dem Auswahllasso und der Auswahl hinzufügen natürlich da noch Ausbesserungen tätigen. Ich möchte es zeigen, wie ich es in der Ebenenmaske mache. Und aus diesem Grund fahre ich jetzt, auch wenn es nicht ganz perfekt ist, weiter unter Auswahl in Kanal speichern. Ich erhalte hier diese Fensteransicht. Ich sage Besen. Bitte schreiben Sie Ihre Kanäle immer deutlich an. Und danach werde ich die Auswahl aufheben. Auswahl nichts. Nun gehe ich ins Ebenenfenster, wähle das Bild an und sage Ebene, Maske, Ebenenmaske hinzufügen. Ich wähle Kanal und meinen Besen. Und bereits wird in diesem Fenster das so ausgeführt. Mit Ctrl oder rechter Maustaste kann ich das Aufklappmenü der Ebenenmaske aufrufen. Ich gehe auf Ebenenmaske anzeigen. Und nun erkennen Sie diese gewissen Unschönheiten. Ich nehme das Pinselwerkzeug. Die Größe passt mir jetzt so in etwa. Und dann kann ich mit gedrückter Shift-Taste einmal hier klicken und mit der Vordergrundfarbe schwarz kann ich jetzt diese gerade etwas auskorrigieren. Und könnte auch da oben meine Maske noch mit schwarz ausmalen. Dasselbe natürlich, wenn ich die Vordergrundfarbe auf Weiss wechsle, kann ich diese Dinge, die in der Auswahl nicht schön mitgenommen, mitgeführt wurden, kann ich jederzeit hier noch etwas ausbessern. Und auf Weiss malen. Da wechsle ich jetzt wieder auf schwarz und gehe nicht zu nah an die einzelnen Haare des Besen heran. So. Ich mache das ein bisschen schnell, damit der Video nicht allzu lang wird. Das kann man natürlich mit etwas Zeit viel, viel genauer anpassen. Ich gehe auf Ebenenmaske anzeigen, deaktivieren. Und ich werde das Ganze einmal in der Größe näher einzoomen. Also hier erkennt man ganz klar, dieser Freisteller ist in kurzer Zeit sehr gut gelungen. Also mit dem Vordergrundauswahlwerkzeug und der Technik, dass man eine Auswahl in einen Kanal speichert, dann diesen Kanal in eine Ebenenmaske überführt und die Ebenenmaske im Nachhinein noch etwas ausbessert, hat man in sehr kurzer Zeit professionelle Freisteller. In dieser Sequenz möchte ich einmal zeigen, welche neuen Ebenenfunktionen dazugekommen sind und ich möchte auch das Werkzeug Vereinheitliches Transformationswerkzeug zeigen. Dieses Werkzeug befindet sich auch hier unter Werkzeuge Transformation Vereinheitliches Transformieren. Dazu zeige ich Ihnen mal, was ich machen möchte. Ich möchte hier dieses Bild in den Monitor hineinbringen. Also dieses Referenzbild möchte ich jetzt in diesem Monitor, wie hier gezeigt, einpassen. Dazu gehe ich mal hin und ich lösche diese Ebenen hier unten, sodass ich nur den Monitor habe und dann gehe ich in das ganze Bild. Ich sage Auswahl, alles auswählen, bearbeiten, kopieren und dann gehe ich in mein bereits geöffnetes Bild und sage Bearbeiten, einfügen. Nun gehe ich unten in der Ebenenpalette auf eine neue Ebene erstellen. Jetzt ist dieses Bild auf einer neuen Ebene. Ich nehme das Verschiebungswerkzeug und werde dieses Bild mal hier in etwa hin platzieren. Dann gehe ich auf Vereinheitliches Transformieren, wähle dieses Bild an und ich suche mir mal diese Ecke hier aus. Da gehe ich hier hin und je nachdem, wo Sie hinklicken in die Ecke, können Sie das Bild transformieren so oder so. Es kommt sehr darauf an, wo Sie in diesem kleinen Quadrat hinklicken. damit Sie das Bild entweder verziehen, verzerren oder einfach nur in der Grösse anpassen. Sie sehen hier, ich muss da aufpassen, wenn ich es neigen möchte, muss ich es so anfassen. Dieses Fenster kann man über diesen kleinen Knopf schwebend machen. Das geht mit allen Fenstern jetzt so. Ich habe das mal in etwa auf den Monitor angepasst und sage Transformieren. Jetzt ist dieses Bild so angepasst. Nun, diese Kante, die möchte ich natürlich auch noch weg haben. Ich gehe hin, nehme das Lassowerkzeug und werde einmal eine Auswahl hier am Blenden, an der Blende des Monitors vornehmen. Ich schliesse das Ganze und drücke die Enter-Taste. Jetzt habe ich hier eine Auswahl. Ich gehe hin, mache eine neue Ebenenmaske und ich sage, in der Auswahl möchte ich das. Und wenn ich hier nicht auf Invertieren gehe, dann wird es mir weiss statt schwarz. Ich lasse das also so. Auswahl, invertieren, soll es mir eine Ebenenmaske machen. Nun blende ich das Bild wieder ein und man erkennt, es hat jetzt genau an der Kante von dieser Monitorblende mein Bild in den Monitor eingepasst. Also, hier unten hat sich einiges getan in den Ebenen. Wir haben einige neue Ebenenfunktionen. Wenn ich hier auf Doppelklick gehe, bei der Ebene habe ich viele Einstellmöglichkeiten mit Ebenen, was neu dazugekommen ist. Und mit dem Transformationswerkzeug lassen sich doch auch beeindruckende Resultate hier in kurzer Zeit erzeugen. Jetzt kommen wir zu einem Filter, der sich neu unter Werkzeuge Transformationen versteckt. Und das ist diese Warp-Transformation. Dasselbe erhält man, wenn man hier auf Warp-Transformation auf das Werkzeug klickt. Dieses Werkzeug kennt man vielleicht vom Verflüssigen her, was in anderen Programmen wie es da heisst. Und wenn ich nun mit diesem Werkzeug unter Einstellung hier auf Pixel bewegen gehe, zum Beispiel mal diese Ohren anfasse, dann sieht man, kann ich hier ein kleines Bock aus mir herausholen. Ich kann logischerweise auch mein Lachen noch etwas verstärken. Also ich habe ebenfalls mit Pixel bewegen hier eine Art und Weise, wie ich jemandem ein besseres Lachen hinzaubern könnte. Dieses Werkzeug, wie gesagt, hat unterschiedliche Einstellungen. Bereich Vergrössern zum Beispiel. Machen wir mal ein Bull-Auge. Ich klicke jetzt einfach ein paar Mal hier hinein. Dann haben wir Bereich Verkleinern. Machen wir das Gegenteil in diesem Auge. So, und nun sehe ich aus wie Gollum oder weiss der Geier was. Ja, dieses Werkzeug spielen Sie damit herum. Pinselgrösse, Pinselstärke, ausschlaggebend, um hier ein Resultat zu erhalten. Mit Glätten, wenn ich diese Einstellung habe, da kann ich über das ganze Bild hinwegfahren und sämtliche Einstellungen zurück- oder eben partiell zurückholen. Geräusche, Pinsel in der Gäste. Tschüss, Pinsel in der Gäste. Du schrössstärke, ausschlaggebend, um hier ein einziges anzetten. Allein, wie Sie ich hier sind, Bitte zuerst sagen, ich danke. Schadern in einem Räumen. Ich gebe das. Untertitelung des ZDF, 2020